heute habe ich ein thema bzw eine frage mitgebracht und ein thema das ich ganz interessant finde mit dem ich mich vorher schon ab und zu mal beschäftigt habe und ich denke es auch für dich interessant zum einen geht es um verlängerte schädel elongated skulls auf englisch das wird vielen was sagen und es geht um die frage sind aliens eventuell eine alte zivilisation die auf der erde gelebt hat bevor es uns gab und die die erde verlassen hat kannst du dir vorstellen dass es sowas gab menschen an die präastronautik denken und daran glauben das ist ja dann das menschliche davor war meine zivilisation vor unserer zivilisation vor unserer aktuellen menschheit ich denke das ist beliebig austauschbar also dass wenn man schon sagt da gab es vorher schon jemand der nach diesem ermessen wie wir das immer definieren relativ schlau war der immer so weit kommen konnte technologisch der dann aber auf einmal weg war das sprechen wir diesen zivilisationen glaube ich auch zu dass die hochtechnologisiert waren weil sonst hätten sie sich ja nicht ausgelöscht ist ja eine eine methodik die andere wäre vielleicht durch äußere einflüsse wie ein meteor oder sowas und dann ist der der hintergrund eigentlich austauschbar also dann kann man natürlich auch sagen da war vorher eine alien einer außerirdischen rasse vielleicht da das kann natürlich sein finde ich relativ interessant aber wenn man das in diesem vergleich setzt zu diesem wie wir uns das mit einer früheren menschheit zivilisation vorstellen finde ich das nur eine weitere möglichkeit was davor existiert haben könnte ich kann mir gut vorstellen dass es eine menschenart gab die vor uns modernen menschen sag ich mal geliebt hat und die vielleicht mit so einer verlängerten verlängerten schädelform herumgelaufen ist und elongated skulls wie man sagt das finde ich spannend ich bin gespannt auf deine meinung in bezug auf die gehirne die vielleicht in diesen verlängerten schädeln saßen zu was die vielleicht in der lage waren könnten ich möchte gar nicht vorgreifen jetzt diese verlängerten schädel lass uns erst auf die eingehen beispiele dafür kann man auf zwischen fünf und zwölf tausend jahre zurück datieren bis nach china und nicht nur dort findet man diese praktik sag ich mal in anführungszeichen denn das wurde auch praktiziert diese schädel wurden im kindesalter gebunden zum teil auch mit holzbrettern wurden die die an den kopf gelegt wurden und dann mit tüchern umwickelt wurden wurden diese kinder gequält konnte man könnte man sagen also dass diese schädel sie geben in der art verformen warum auch immer können wir darüber quatschen ja was bedeutet das das ist die frage haben die menschen das als schönheitsideal empfunden wollte vielleicht das finde ich ganz gut diese these wollte man vielleicht etwas kopieren dass man gesehen hat und das im zweifel einen sehr großen eindruck auf die menschen hinterlassen hat die idee finde ich ganz gut denn schönheitsideal hin und her ist natürlich auch eine möglichkeit natürlich kann das sein es gibt ja auch stämme die sich da diese diese ringe um den hals legen und damit den hals verlängern also im prinzip schieben sich die schultern nach unten der hals wirkt nur länger aber oder diese teller in die lippen spannen und so weiter und so fort es gibt ja schon skurrile schönheitsideale aber dass das schädel abbinden und diese schädelform hervorrufen finde ich schon extrem und ja man fragt sich woher dann dieses schönheitsideal kommt das ist schon was außergewöhnliches finde ich ja sprechen wir hier vielleicht von aliens reden viele drüber oder gab es eine zivilisation die vielleicht schon vor den menschen hier gelebt hat wie es gerade angesprochen habe das ist natürlich auch eine interessante idee dass es menschen gab bei denen diese schädelform vorkam und alltäglich und ganz normal war das uns vielleicht auch diese schädel mal im detail eingehen weil das ist ein relativ interessanter aspekt ich habe mir gerade schon mal direkt notizen gemacht weil du so viele sachen gerade auch erwähnt hast die auf jeden fall besprechenswert sind das was du als letztes gesagt hast mit diesen dass man sich vielleicht nach etwas gerichtet hat was eine frühere zivilisation gesehen hat das könnte ja auch eine form der huldigung sein wenn wir jetzt mal davon ausgehen wir wir spinnen das thema jetzt heute abend mal hier groß dass da andere oder generell alien rassen dann in kontakt mit der frühere menschheit standen und dass so eine art huldigung dann auch in frage käme für die menschen im asiatischen raum das gehört aus china und das ist immer so ein ganz ganz entscheidender punkt für mich vor allem im jr podcast ja da besprechen wir solche themen ja auch immer wieder und wir kommen ja immer wieder an diesen punkt ran das jüngste über was wir gesprochen haben in diesem aspekt waren ja die alten ägypter und der pyramidenbau und da habe ich dieses thema ja auch schon mal aufgebracht dass man sich ja durchaus vorstellen kann so wie die sich ihre götter ausgemalt haben das könnten ja frühere alien rassen gewesen sein mit denen die in kontakt gewesen sind und irgendwo gibt es dann eine form der huldigung in dem die alten ägypter dann diese alien rassen ihre götter dann an die wände gemalt haben das könnte etwas sein dass das geht ja in so eine ähnliche richtung wenn ich an sowas von früher denke jetzt reden wir da aber von nochmal zehntausend jahre vor den ägyptern und das spannende ist immer wieder dass wir hier auf dinge stoßen die sehr sehr weit in der vergangenheit liegen wo über lieferungen oder konkretes beweise sammeln was zu der damaligen zeit erschaffen worden ist als beweis ist natürlich sehr schwierig weil das ist verdammt lang her und da müssen wir natürlich immer wieder darauf zurückgreifen was wir dann bei ausgrabungen zum beispiel finden und dann kommt immer mal wieder sowas auf dass man etwas findet ich rede jetzt hier nicht von haim mossan wenn es dann um die kleinen alien mumien geht sowas über sowas sprechen wir nicht weil das wahrscheinlich sehr starker fake nach wie vor ist aber wir finden immer wieder dinge oder vor allem artefakte nennt nennt es sich ja artefakte von früheren zeiten von früheren zivilisationen über die wir auch bescheid wissen weil wir schon mal etwas über diese zivilisation gefunden haben und dann gehen wir aber ganz ganz weit zurück und dann ist es ja wirklich dann das was man als überlieferung irgendwo vielleicht mal ja gefunden hat aber das ist ja nicht wirklich viel weißt du denn diese schädelgebogenen menschen wie viele schädel man gefunden hat also über wie viel beweismaterial sprechen wir hier ich kann dir keine genaue zahlen nennen aber ich kann dir sagen dass es etliche dieser verlängerten schädel gibt nach hinten verlängerten schädel nach oben verlängerte schädel und seitlich ausgewölbte schädel ich kann dir mal ein paar beispiele nennen bei der parakas kultur die von 800 vor christus bis 100 vor christus in der parakas region in peru gelebt hat da fanden sich diese verlängerten schädel und die wissenschaft geht davon aus dass die schädel die man bei den ausgrabungen gefunden hat künstlich verlängert wurden sie wissen es aber nicht es ist eine vermutung also also künstlich verlängert heißt in dem sinne wirklich dass die schädel halt mit händischer kraft oder mit man legt den kopf in schraubstock also definieren wir das mal so wie es halt möglich sein könnte über sowas sprechen wir das heißt dann die 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 künstliche bearbeitung genau nicht gleich ein schraubstock aber das kommt eben ähnlich ich habe es vorhin schon gesagt es wurden teilweise bretter links und rechts am schädel angelegt vielleicht auch hinten und dann wurden tücher umgewickelt die dann immer enger gewickelt wurden und enger schon von also wirklich bei den kleinsten der kleinen wurde das gemacht also beim erwachsenen stellt sich das gestaltet sich das vermutlich schwierig das muss dann schon bei kindern stattgefunden haben was ziemlich heftig ist und in gewissen kulturen auch nur bei ausgewählten leuten da kommen wir später glaube ich noch drauf da habe ich noch was dazu aber das das gab es ja schon mal also jetzt nicht sowas dass die schädel gebogen werden wie man das vielleicht als schönheitsideal das ist kann ja auch die andere seite sein also die normale menschliche seite könnte auch sein dass die dass wir damals für schön erachtet haben weil erinnern wir uns da an unsere jüngste vergangenheit in anführungszeichen in die letzten 250 300 400 jahre da gab es auch schönheitsideale wo der bauchumfang der frau so umfangreich sein musste wie der hals der frau also sowas gab es ja auch bis in das allergrößte extrem hinein und das ist wenn man so einen zeitstrahl betrachtet dann im gegensatz zu von vor 15.000 jahren praktisch gestern gewesen dass unsere aktuelle zivilisation unsere welt auch auf solche ideen gekommen ist jetzt ist natürlich die frage da gibt es in und das wäre zum beispiel ein thema über das mal eine folge wirklich machen könnte ob es solche krassen schönheitsideale in den letzten nehmen wir mal die letzten tausend tausend fünfhundert jahre ich denke dass das deckt das ganz ganz gut ab mit dem step wo wir dann ins mittelalter gehen und wo wir dann sage ich mal wirklich dass das sehen wie wir bis heute geworden sind also das ergebnis davon dass das wäre interessant das zu zu betrachten ob es da mehr gibt als nur diese taillen umfang muss soweit sein wie der hals umfang ob es da nicht vielleicht noch andere dinge gibt da darüber könnten wir mal sprechen weil wenn wir da natürlich auf mehr stoßen sollten ich bin der festen annahme damals gab es auch schon die medizin als man das für schön empfunden hat dass eine frau so rumlaufen musste ich denke dass auch damals die mediziner schon gesagt haben dass das nicht gesund ist für den organismus oder generell für den körper weil da ja auch schon zum teil operationen durchgeführt worden sind da gab es auch schon die ersten apotheken die ersten medikamente ja natürlich nur für die reicheren und dann immer auf pflanzenbasis weil da gab es ja noch nicht sag ich mal den den massenverkehr aber das da waren ja die anfänge der medikamente da der moderneren anführungszeichen ja wo man sehr stark geforscht hat und die ärzte damals also ich bin jetzt kein doktor wie so häufig natürlich aber die ärzte damals werden auch bestimmt an körpern geforscht haben und wenn dann jemand gestorben ist wird das auch spätestens ab da untersucht worden sein ob das gut für den körper ist so sich hinzurichten mit seinem eigenen körper oder ob das nicht gut ist ich denke dass die mediziner das damals auch schon wussten aber das ist einfach kulturell gesehen einfach gang und gäbe ist und ich denke wir könnten auch grundsätzlich sagen dass wir solche dinge auch heutzutage erleben nur heute wirkt sich das nicht mehr so krass aus wie früher aber du kannst du natürlich auch denken es gibt dann halt gewissen modewahn hinter dem man hergeht männer sowie frauen in der heutigen zeit immer wieder dass du eine gewisse gleichmäßigkeit in der gesellschaft siehst und manchmal und erinnere dich doch mal daran an die letzten 20 30 jahre vor 20 jahren war das extrem gewesen mit germany's next top model mit den ganzen abgemagerten mädchen auf den laufstegen und heute spricht man da kaum noch drüber weil viele wahrscheinlich denken ja das thema hat sich erledigt wahrscheinlich eher komplett im gegenteil aber das war gesellschaftlich damals weitaus akzeptierter in anführungszeichen unter frauen so zu sein und männer haben das damals auch mehr akzeptiert da wurde nicht sofort drauf geschaut im gegensatz zu wenn jemand sehr stark übergewichtig ist da wurde dann gesagt ja gut die person ist dünn bulimie steckt sich den finger in den hals also das war ja als ich zehn elf jahre alt war das war immer in den nachrichten gewesen immer wieder die ganzen berichte über diese ganzen abgemagerten menschen und ich meine du hast mich selber schon in live gesehen ich würde wahrscheinlich auch als einer dieser menschen gelten aber es gibt private beweise die eindeutig davon zeugen dass es halt bei mir nicht so ist und das war allgegenwärtig und das war damals ein modetrend umso dünner umso besser und das hat sich glücklicherweise gesellschaftlich je nachdem in welchen bereichen und kulturen man unterwegs ist sich auch geändert und angepasst und die realität ist ja sowieso dass die menschheit also in den reicheren ländern sowieso stark beziehungsweise generell übergewichtig ist ja und das hat sich gewandelt aber das war vor 20 jahren war das ein riesen riesengroßes thema und da würde ich sagen das ist jetzt eigentlich damit zu vergleichen wie frauen die zwei dreihundert jahre früher gelebt haben die dann halt geguckt haben dass ihr bauch umfang so gering sein muss wie halt möglich und das haben wir in der heutigen zeit dann mit den abgemagerten menschen gehabt und immer noch so und da siehst du ja dass in der heutigen kultur solche themen natürlich aufkommen also warum sollte es dann mit einer früheren kultur dann nicht so gewesen sein dass die ihre kinder weil da sind die schädel ja wirklich formbar so geformt haben wie das die heutige zivilisation mit diesen ganzen hunden macht wo wo die nasen halt so stark abgedrückt sind wo das gesicht halt richtig platt ist so das machen wir heute auch das machen wir heute an tieren ja aber du siehst es ist allgegenwärtig und dann ist es definitiv realistisch dass man so was abartiges früher gemacht hat definitiv ich denke nur um etwas schön zu finden nimmt man sich ja was als vorbild also es muss etwas gegeben haben was als vorbild gedient hat meiner meinung nach muss natürlich nicht aber ich gehe stark davon aus dass es ein vorbild gab von dem man gesagt hat mensch so möchte ich so möchte ich ausschauen oder so möchte ich dass meine kinder ausschauen oder so so muss jetzt jeder rumlaufen und interessant ist auch das muss man auch beachten dass es in vielen kulturen auf der welt diese verlängerten schädel gab die gibt es bis hier nach bayern gab es die wurden die gebracht das ist erzähle ich später auch noch was drüber und das ist eben das spannende an der geschichte mit den schädeln du hast vorhin auch die medizin angesprochen und das ist dass die leute 1000 1500 jahre sagst du dass es da auch mediziner gab die gesagt haben ja das ist nicht gut das muss natürlich von kultur zu kultur sehen und man muss natürlich auch bedenken dass schönheitsideale oft vorgegeben wurden zu diesen zeiten und es demjenigen der sich vorgegeben hat scheißegal war ob das gut oder schlecht ist es hat ihm gefallen und das musste so gemacht oder getragen oder getan werden es ist einfach so und es gibt ja auch diese gebundenen füße glaube leute verbessert mich in china oder in japan ist es ich weiß nicht mehr ich glaube in china ist es werden die füße so guckte der bilder an davon im internet diese füße werden ganz brutal zusammengebunden von den frauen das schaut dann aus wie ganz winzige stöckelschüchen diese füße die sind so deformiert das ist also wirklich ekelhaft brutal wie die füße ausschauen und ja das wurde praktiziert ist noch gar nicht so lange her als sie damit aufgehört hatten das natürlich das ist aber was was regional vorkommt und diese schädel wie gesagt die finden wir in mehreren kulturen lass uns kurz zurück nach zur paracast kultur kommen nach peru man hat jede menge schädel gefunden die unterschiedliche deformationen aufwiesen das finde ich interessant man vermutet sogar dass man diese unterschiedlichen formen geschlechtern zugewiesen hatte es gab schädel die wurden die waren seitlich ausgewirkt fragt mich jetzt nicht wie man die gebunden hat wenn sie denn gebunden waren denn man muss natürlich sagen die wissenschaft weiß nicht ob die gebunden wird man geht natürlich davon aus natürlich die wissenschaft geht natürlich davon aus dass diese schädel gebunden wurden was sollen sie was sollen sie sonst machen es gibt natürlich auch natürlich deformierte schädel aber vielleicht nicht in der großen zahl wie man manchmal in gräbern von von 13 leichen oder überresten von von menschen eben dann fünf oder sechs hatten diese deformationen das ob das dann natürlich noch ist oder irgendwie irgendwie auf eine behinderung oder oder eine deformation durch eine krankheit vielleicht das dafür spricht schwierig weiß ich nicht nur gut es gab dieses seitlich ausgewirrten schädel wie gesagt die fand man mehr bei den damen und nach hinten verlängert sowohl für männer als auch für frauen nach hinten verlängert diese alien warum sag ich jetzt einfach mal jetzt wenn man ein bisschen rum spinnt wir reden ja auch darüber dass vielleicht es geht ja heute auch ein bisschen um die alien geschichte um die proastronautik geschichte zivilisationen vor uns modernen menschen vielleicht die schon mal hier gelebt hat und vielleicht ins all verschwunden ist wer weiß die sehr intelligent waren vielleicht aufgrund der anders geformten gehirne oder der anders beschaffenen gehirne muss man sagen die form hat ja manchmal gar nicht so viel zu sagen nur etwa vier stunden von paracas entfernt finden wir nazca das vermutlich auch ein begriff nazca ist berühmt für die sogenannten nazca linien die von proastronautikern auch mit außerirdischen in verbindung gebracht werden direkt oder indirekt je nachdem und dort finden wir auch zum beispiel dieses abgeflachte bergplatteau das man gern auch mal als landebahn bezeichnet vielleicht landebahn für außerirdische wer weiß das ganze aber nur mal als gedankenspiel oder gedanken oder denk anstoß da wir heute eben über die möglichkeit außerirdische besucher sprechen oder eine kultur die sich ins all verzogen hat genau und falls es so ist haben sie ein paar spuren hinterlassen auf jeden fall haben jetzt wieder in die proastronautik eintaucht man könnte jetzt natürlich tief eintauchen aber machen wir heute nicht so wir wollen ein bisschen bei den schädeln bleiben und bei dieser idee gucken wir nach ägypten zum beispiel das ist dir mit sicher auch schon aufgefallen wenn ein bisschen wir haben recherchiert über ägypten wir haben ja diese ägypten folge gemacht und und man kennt vielleicht auch alte bilder oder skulpturen die man die man gefunden hat bei ausgrabungen und so weiter ja und auch in einigen regionen von ägypten finden wir hinweise darauf dass derartige schädelformat ja schädelformationen deformationen praktiziert wurden wenn es denn künstlich herbeigeschaffen herbeigeführt wurde wir finden darstellungen dass der sogenannten amarna zeit da finden wir ja da finden wir darstellungen von pharaonen mit verlängerten schädeln man findet online interessante bilder das konnte ich finden als ich ein bisschen recherchiert habe man findet bilder des von der statue des kopfes einer der töchter des pharaos echnaton und die steinende nachbildung des kopfes zeigt ja einen deutlich nach hinten verlängerten schädel das ist auch so eine darstellung habe ich gelesen so einem artikel in ganz alten artikel dann gelesen war relativ kompliziert ja wann wissenschaftliches essai und es scheint recht typisch zu sein für diese zeit epoche dass man den ein oder anderen mit diesen verlängerten nach hinten verlängerten schädel dargestellt hat ja wie gesagt das ganze könnte so wie es einige wissenschaftler sehen übertriebenes stilmittel dieser armarna zeit gewesen sein man könnte aber auch darüber spekulieren ob es nicht irgendwann innerhalb dieser zeit epoche vielleicht ein einschneidendes erlebnis gegeben hat dass die menschen dazu veranlasst hat zumindest den höheren höherrangigen leuten ja dass man dass man die mit diesem merkmal versieht um vielleicht etwas nachzuahmen dass man vielleicht selbst verehrt hat und dass einem vielleicht auch vorkam vielleicht wie ein gott wenn wir denn die prästrate gucken die götter aus dem all die götter aus dem aus dem himmel das finde ich spannend denn ja wie gesagt in dieser zeit epoche finden wir auch oft bildnisse dieser nach hinten verlängerten schädel ja und wie du weißt steht ja auch ägypten im fokus der präastronautiker und auch hier will man ja viele indizien dafür erkennen dass eine vielleicht außerirdische zivilisation geholfen hat bestimmte dinge zu errichten und durchzuführen wir haben erst kürzlich darüber gesprochen die pyramiden sind angeblich baulich an den sternen des orient gürtels glaube ich ausgerichtet und angeblich entspricht auch der abstand der drei großen kammern im innern der cheops pyramide umgerechnet dem abstand zwischen erdem maß und dem astro in ring fettern ja wir finden merkwürdig exakte bohrungen tiefe sehr tiefe bohrungen zum teil wo man sich fragt mensch wie haben die leute das gemacht das ist wirklich heftig die hatten ja ja die hatten ja man muss beachten dass die leute kupfer werkzeuge zur verfügung hatten kupfer ist relativ weich und damit solche dinge zu vollbringen ist schon ist schon eine heftige sache wie gesagt will ich gar nicht weiter darauf eingehen wir haben letztens darüber gesprochen ja und es gibt auch viele mehr dieser beispiele von ungelösten rätseln über bauwerk und errungenschaften der alten ägypter das ist eine spannende sache was sagst du dazu dass du auch hier die schädel findest diese verdängerten schädel ich habe mir diese bilder bisher noch nicht angeschaut also jetzt im nachträglichen editieren je nachdem wo es rauskommt sehe ich diese bilder jetzt auch das erste mal deswegen muss ich dich und vor allem auch im namen der ganzen zuhörer fragen die nur auf den podcast plattformen jetzt reinhören beschreibt mal diese schädel also wenn wir jetzt von diesem ägyptischen schädel dann von dieser tochter sprechen reden wir da über also was für maßstab reden wir da ist das sieht die dann aus wie zum predator mit zum langgezogenen schädel oder ist der kopf einfach nur doppelt so breit doppelt so lang also wie kann man sich das bildlich vorstellen es gibt eine skulptur ist es gibt ich denke es gibt mehrere skulpturen der tochter der tochter oder der töchter des königs pharaos echnaton da gibt es mehrere abbildungen und skulpturen und nicht nur von ihnen auch von anderen namhaften persönlichkeiten dieser epoche gibt es natürlich darstellungen und die schädel sind deutlich nach hinten verlängert und gehen ein bisschen in die breite die werden ja hinten länger und breiter auf diesen also diese statue wenn man sich anguckt kann man sich mal googeln diese statue finde ich ganz interessant wie gesagt der schädel geht nach hinten weg nicht so wie bei den schädeln der parakos in der parakos kultur die sind eher so spitz nach hinten weg wie die corn heads kennt man den film noch ich kenne noch nach hinten ein bisschen so spitz nach oben weg aber diese die schädel die ich jetzt anspreche es ist ähnlich ja die werden noch hinten ein bisschen breiter verlängert nach hinten aber es ist schon es ist schon deutlich erkennbar dass es eine ungewöhnliche in anführungszeichen unnormale schädel form darstellt ja es ist nichts nicht mit unseren schädeln die wir zwei ja auf unseren helsen herum tragen vergleichbar es ist schon deutlich länger und breiter nach hinten deutlich ja wo könnte der der ursprung dieser schädel her sein also vornehmen wo nehmen wir zum beispiel die idee her dass wir menschen oder wir als kultur das damals gemacht haben könnten nicht manche bevorzugte menschen dann ja in diesem fall wie du ja auch gesagt hast von den möglichen außerirdischen von den göttern zu dieser zeit so geformt worden sein oder verzaubert oder wie auch immer also das ist ja wirklich ein ganz ganz großes feld weil die aliens hätten ja auch durchaus sagen können ja jetzt verdient dieser mensch und irgendeiner leistung wie auch immer das ist ja auch mal wieder eine frage warum der verdient das jetzt auch so eine schädel form zu haben wie wir aliens das haben und da kommt natürlich dann auch mehr intelligenz mehr wissen dann auch mit rein oder komplett anderes verhalten also kein irdisches verhalten mehr kann kein kein irdisches wesen mehr sondern jemand mit weitsicht mit weisheit der jetzt wahrscheinlich jetzt nicht in die zukunft gucken kann das wäre glaube ich ein bisschen zu übertrieben so weit zu gehen mit den gedanken aber jemand der in jeder form einfach ja wie ein gott auf erden land vielleicht in dem fall ist muss jetzt nicht irgendwelche fähigkeiten haben aber einfach nur größerer kopf größeres gehirn und wenn der auslöser dafür eben nicht die handformung der eigenen eltern ist dann könnten wir ja sagen wenn wenn wir sowieso an diese alien thematik hier auch denken und auch daran gehen dass die das vielleicht auch dann für diese ausgewählten menschen dann auch gemacht haben so was könnte denn ein gehirn das in einem derart vergrößerten nach hinten verlängerten schädel steckt vielleicht auch seitlich verbreiterten schädel steckt was könnte ein gehirn diesen dieses das dieses ausmaß hat eventuell fähig sein ich meine du kannst ein riesen gehirn haben und trotzdem gaga sein das sind wir uns glaube ich einig sondern das das gehirn kann kann riesengroß sein trotzdem bist du dumm wie stroh das geht natürlich theoretisch auch aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus wir gehen mal davon aus dass er sich dabei um recht intelligente wurschen und damen gehandelt hat was könnte ein gehirn die von diesem ausmaß eben fähig sein und natürlich leute mir ist klar dass die nur die größeres gehirns nicht da spielen auch ganz viele andere faktoren mit aber das müssen wir jetzt hier nicht das gehirn sezieren aber ich glaube jeder weiß was gemeint ist wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass diese diese kollegen sehr intelligent waren und jetzt gucken wir uns wie gesagt die personatik an wir gucken uns bauwerke an gucken uns die pyramiden an wir gucken uns was ich puma punku an alle möglichen rätselhaften auch megalithen die aufeinander gestapelt waren all diese dinge gucken wir uns jetzt an und und überlegen uns dass es viele menschen gibt die daran glauben dass es eine zivilisation gab die hoch entwickelt war bevor es uns gab also eine andere art mensch vielleicht die hier gelebt hat vielleicht nicht mehr da ist weil sie verschwunden ist ins all oder vielleicht aus dem all kam und wieder verschwunden ist oder ausgestorben ist oder whatever wenn wir solche menschen oder was auch immer uns vorstellen können mit mit so einem derart hoch entwickelten gehirn vielleicht die könnten doch über lösungen verfügt haben für gewisse dinge die wir uns heutzutage nicht mehr vorstellen können zum beispiel bau der pyramiden den innenausbau dieser pyramiden oder wie die wie die pyramiden von innen aufgebaut sind innenausbau hört sich ein bisschen blöd an aber im inneren der pyramiden finden wir auch wirklich fantastische dinge bei denen man sich nicht vorstellen kann wie haben die das gemacht die die wie akkurat das ist wie akkurat das geschliffen teilweise ist wie wie genau die dinge aufeinander gestapelt sind wie sie angebracht wurden etc pp solche gehirne wenn eventuell in der lage gewesen lösungen für diese probleme zu finden während vielleicht in der lage gewesen sie fähigkeiten zu entwickeln wie wir reden oft drüber vielleicht vielleicht teleportation vielleicht telekinese vielleicht dinge bewegen dinge bewegen nur indem man sie eben ansieht und und sich das vorstellt oder einfach in der lage gerätschaften und technologie zu entwickeln die eben dafür sorgt dass solche bauwerke erstellt werden können kann ich mir vorstellen also wir müssten auf jeden fall mal glaube ich so ein alien drehbuch schreiben zum richtigen film darüber über den pyramiden angriff auf die aliens im jahre 20 25 ich glaube dass da ganz gute und absurde ideen auch darum kommen aber wenn du jetzt schon so weit gehst dann möchte ich dir bevor ich da fortfahrer mit eine frage stellen wenn die diese fähigkeiten haben diese speziellen fähigkeiten an diese nennen wir sie mal langschädel ja in dem fall wer hat das denn jetzt gemacht also ist das durch die formung der eigenen kolleginnen und kollegen entstanden durch die formung der eltern oder durch die die es halt damals gemacht haben vielleicht war es ein job gewesen ich bin kopfformer ja der kopfformer von birmingham vielleicht gab es ja auch langschädel in england man weiß es ja nicht so oder oder hat hat das eine außerirdische kraft gemacht weil wenn das natürlich durch die handformer von birmingham entstanden ist ja weiß nicht weiß ich digga also wenn das natürlich dann so klar gewesen wäre dass diese menschen dann über spezielle fähigkeiten verfügt haben dann hätte ja dann dann würden wir ja jetzt auch so aussehen dann würden wir aussehen wie wie minecraft figuren eigentlich hätten wir alle so ein würfel auf dem kopf also würfel auf dem hals ich sag dir mal welche idee ich gut finde und ich denke du hast bestimmt auch eine bevorzugte idee sonst würdest du mich das jetzt nicht fragen ich kann mir gut vorstellen dass es eine derartige menschenart gab die vielleicht zu fantastischen dingen in der lage war und irgendwann wir aufgetaucht sind aus wie auch immer wir aufgetaucht sind und von wo auch immer wir aufgetaucht sind und dass wir vielleicht oder dass diese art von menschen vielleicht irgendwann ausgestorben ist wie viele andere menschenarten auch ausgestorben sind wir haben über den homo floresiensis geredet diesen diesen hobbit menschen sozusagen der ganz klein war nur ein meter groß war und so weiter und so fort da gibt es ja sehr viele beispiele die es nicht mehr gab und so könnten auch diese menschen oder es ist immer auch alles auch wahr ausgestorben sein aber die könnten natürlich in unsere zeit mit hineingelebt haben und wir haben sie beobachtet wir haben sie serviert wir vielleicht teilweise mit ihnen zusammen gelebt vielleicht gab es auch mal eine zeit in der sie was zu melden hatten und wir nicht will jetzt gar nicht zu weit spinnen meine gedanken aber das kann ich mir gut vorstellen dass wir in unsere zeit mit reingelebt hatten wir also beobachten konnten wie wie die eben dinge vollbracht haben und wie sie das deswegen ja verehrt haben und vielleicht das dann adaptiert und übernommen haben diese ganze diese ganze praktik praktik mit den schädeln weil wir die eben sehr gut fanden sehr cool fanden und vielleicht genau dass das eben so eine so eine erbietung war ich muss dich darauf jetzt noch mal festnageln was gesagt die möglichkeit besteht dass diese früheren rassen mit uns so es gab eine eine überschneidende zeit wo beide rassen existiert haben wo beide zivilisationen ich glaube es sind verschiedene zivilisationen es sind keine rassen es sind zwei verschiedene menschliche oder körperliche zivilisationen ich glaube und ich fühle das ist hier ein jr podcast in diesem moment auf jeden fall warum sollten denn die an die sich unsere zivilisation orientiert hat also diese speziellen langschädel wenn die mit in unsere zeit reingelebt haben wenn wir das beobachten konnten warum sind die denn ausgestorben und warum haben wir überlebt also was muss denn dann damals passiert sein weil das kann ich mir zum beispiel nicht vorstellen dass eine rasse so automatisch einfach ausstirbt weil du sagst ja wir haben uns das von denen abgeguckt und um uns das von anderen abzugucken müssen wir ja da sein warum sind die denn alle ausgestorben konnten die sich vielleicht irgendwann nicht mehr vermehren stell dir das mal vor dass diese diese komischen hightech zivilisation die langschädel vielleicht dann über jahrhunderte jahrtausende vielleicht gelebt haben und dann wäre es natürlich möglich dass die mit in unsere zeit reingelebt haben dass die die letzten der früheren zivilisation sind die haben dann kriege überlebt oder wie auch immer weil du musst das natürlich dann in dem moment ja groß denken weil die werden ja nicht ohne grund dann überlebt haben bis unsere zivilisation kam im gegensatz zu den ganzen anderen wohl möglichen völkern von früher das ist deswegen finde ich das schwer nachzuvollziehen dass die zeitgleich mit uns gelebt haben und selbst wenn es nur ein halbes jahr ist und was soll was soll denn unsere zivilisation also ich meine guck uns menschen heutzutage noch mal an was sollen selbst wir früher denn in dem halben jahr gelernt haben von diesen früheren göttern und ich denke wenn man das wirklich so betrachtet dann möchte ich gerne vielleicht darüber reden was gesagt aus dem all hierher gekommen und dann wieder ins all verschwunden die erde war eine zwischenstation aber wo kamen sie her und wo flogen sie hin und die anschlussfrage an unsere zivilisation an unsere heutige zivilisation warum kam die nicht noch mal wieder das haben die ja immer wieder im großen stil bewiesen siehe die malereien in den pyramiden oder generell an höhlen malereien ich weiß nicht wie oft wir schon darüber gesprochen haben du siehst diese ganzen beweise das als beweise in dem sinne dass die leute das früher aufgemalt und aufgezeichnet haben dass da immer dinge aufgezeichnet wurden die wirklich unnatürlich aussehen die darauf schließen lassen auf eine ganz natürliche weise dass sie vielleicht außerirdische abgebildet werden neben menschen aus sämtlichen kulturen siehst du das aber das immer so lange her so lange her warum kamen die denn nicht mal wieder also erstmal dazu dass du gesagt hast also meine idee beinhaltet nicht dass wir dass die dass diese zivilisationen nur ein halbes jahr nebeneinander her gelebt hatten sondern zeitgeschichtlich betrachtet könnte das jahrhunderte von jahren hunderte von jahren gewesen sein also natürlich und in der zeit könnte das schon so wenn man das wenn man das wenn man so denn könnte das schon so gewesen sein wie ich das sage aber es ist nur eine idee und natürlich weil du sagst ja wo sind die denn dahin und und wenn die so viel überlegen da waren wie kann das sein dass die dann ausgestorben sind oder wie auch immer über denk an den headliner dieser show mein zu eingangs habe ich ja die frage in den raum geworfen ob es vielleicht eine zivilisation hier auf der erde gegeben hat und ich meine nicht dass die von woanders kam dass die vielleicht auch ja dass die vielleicht hier entstand und dann ins all gegangen ist und dort geblieben ist irgendwo anders im all das heißt also damit möchte ich auch deine frage beantworten dass du sagst ja ausgestorben die sind nicht ausgestorben die sind dann eventuell aufgrund dessen dass sie so intelligent waren und vielleicht eine solution gefunden haben hier das ganze zu überbrücken die diese 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 grenzen zu überwinden und ins all zu fliegen auf irgendeine art und weise oder vielleicht auf irgendeine andere art und weise zu verschwinden denk an portale vielleicht nur gut ist ein bisschen zu wild jetzt mit den portalen da wollen wir nicht darauf eingehen aber ja vielleicht haben sie eine lösung gefunden den planeten zu verlassen und sind deswegen nicht mehr hier und haben hätten mich haben hätten die diese hätte die andere zivilisation die nebenher gelebt hat das mitbekommen dass die sich auf diese art und weise verkrümeln ins weltall und nicht mehr hier sind und alles hinter sich lassen dann hätten die mit sicherheit erst recht versucht die nachzuahmen also ich komme jetzt offenen gedanken und ich glaube das ist wahrscheinlich das was du vielleicht meint ist mit den früheren zivilisationen wenn du sagst diese diese wesen diese menschen ja diese menschen waren im stande in das all zu fliegen ich meine schau dir das doch oft auf der welt heute an es gibt immer noch gegenden auf der welt die technologisch weit weit abgeschlagen sind also noch schlimmer als deutschland hashtag deutschland was machst du mit dem internet ja also da gibt es ja wirklich noch urvölker die wirklich hat gar nichts haben im gegensatz zu uns ja jetzt in dem fall und wenn wir da mit unserer westlichen welt dann da aufschlagen sind die auch immer total erstaunt und auch immer total baff was wir jetzt auf einmal alles haben ja was sie sich niemals erträumen könnten weil sie gar nicht wissen was technologie bedeutet das haben wir ja heutzutage und ich muss glaube ich meine aussage vorhin revidieren dass ich mir das nicht vorstellen kann dass wir vielleicht zeitgleich gelebt haben weil wenn wir diesen faktor mit reinnehmen dass diese wesen dann vielleicht nachträglich ins all geflogen sind weil sie das leben als unlebenswert vielleicht empfunden haben imstande waren vielleicht woanders hinzufliegen dass die sich vorbereitet haben auf einem ganz oder auf ganz bestimmten punkten der erde dass die natürlich in kontakt mit völkern gekommen sind die drumherum einfach gelebt haben die natürlich nicht über dieses technologische verständnis verfügten aber ich denke dass wir da natürlich auf eine gewisse problematik stoßen weil wir können ja nicht sagen in düsseldorf ja zu der damaligen zeit gab es technologie und in köln zu der damaligen zeit war noch das urvölkerdorf da sind die abstände von von der kilometeranzahl her viel zu gering weil das würde sich alles in dieser gegend ähnlich entwickelt haben jetzt sagst du natürlich es gibt funde von diesen langen schädeln überall verteilt wenn du dir jetzt mal weil du kennst die orte ja gedanklich mal vorstellst liegen die alle so weit weg auseinander dass man sagen könnte dass da wirklich unterschiedliche zivilisationen vielleicht dazwischen gelebt haben vielleicht um besseres verständnis dafür zu haben also wenn wir davon ausgehen zu dieser damaligen zeit auf dem deutschen boden zu der zeit damals gab es diese zivilisation die hochtechnologisiert war da würde ich sagen komplett europa hat aber wahrscheinlich eine ähnliche entwicklung und ich würde dann ein urvolk am ehesten vielleicht dann in amerika vermuten in südamerika und selbst afrika denn nordafrika zum beispiel ist für mich auch noch zu nah an europa dran und dann finde ich das sehr schwer vorstellbar dass zu dieser damaligen zeit dass es ein technologisierte völker gab aber gleichzeitig auf der erde dann die anfänge der anderen normalen menschen und die frage ist natürlich ja auch da gab es ja mit sicherheit doch auch dann sag ich mal gegenseitiges übereinander kommen liebe machen so dass das passiert ja einfach und deswegen finde ich das schwierig das so zu betrachten aber wenn man sich das wirklich vorstellen mag dann erscheint das doch ganz logisch dass die früheren zivilisationen die halt wirklich dann in der lage waren in das all zu fliegen sich etwas neues zu suchen abzuhauen von hier dass die vielleicht als letzte aktion alles zerstört haben was die aufgebaut haben weil die waren ja anscheinend vielleicht so weit gewesen dass die ins all fliegen konnten und sind nie wieder zurückgekehrt gut vielleicht sind die nach 400.000 kilometer natürlich auch man weiß ja nicht kann ja sein dass da schon wieder was passiert ist und das ist so lange her da gibt es auch einfach nichts mehr aber vielleicht haben sie es auch geschafft und wenn sie es geschafft haben glaube ich dass diese 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 zivilisation dazu imstande war alle beweise dass die jemals existiert haben vernichtet haben und das einzige was wir haben sind augenzeugen berichte von unserer zivilisation die das damals gesehen hat und die haben das auf wände gemalt weil diese original beweise das hat die zivilisation die dann abgehauen ist selbst zerstört und deswegen finden wir nichts das einzige was wir haben sind wandmalereien von früher die davon zeugen das ist so etwas was du immer vielleicht gerne wahrhaben möchtest was ich auch verstehen kann wenn wir darüber sprechen dass das wirklich existiert hat und die augenzeugen von früher das war eben der mensch finde ich gut finde ich gut ich will auch noch ein bisschen wild spekulieren denn dafür ist der grund warum die leute mich für einen schwachkopf halten und dem ruf will ich auch gerecht werden vielleicht finden wir diese langschädel auch an strategisch gut ausgewählten plätzen auf der welt das ist genau meine frage vorhin gewesen ja wie weit liegen die auseinander also gibt es da ein vorkommen in afrika dann eins in südamerika wie wie erstreckt sich das 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 kann sich ja das kann ja auch ein relativ kleines gebiet sein wir haben ich habe dir vorhin erzählt eingangs glaube ich über die funde in in peru die parakas kultur dann waren wir bei ägypten in peru fanden wir diese nazca linien diese bei denen leute sagen man sieht ja auch nur von oben wir haben die leute die gebaut verdammt noch mal wir haben die leute diese 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 ganz ganz vielen ja humanoiden figuren und tierfiguren wie haben die die da gelegt mit mit den steinen wie hat das geklappt die konnten ja nicht sich in hubschrauber setzen konnten von oben navigieren jetzt welchen stein da irgendwie legt also das sind ja akkurat angelegte strukturen da unten riesengroß ich frage muss wie zur hölle haben die das gemacht und dann haben wir diesen diese abgeflachte bergkuppe wie ich dir schon gesagt habe kannst du mal angucken im internet wenn du sie noch nicht kennst die wirklich ein bisschen an eine landebahn erinnert natürlich wer weiß warum die abgeflacht wurde dann waren wir bei ägypten und dazu habe ich ja gesagt es gibt ja diese 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 anordnung der pyramiden wo man sagt mensch das ist vielleicht auch eine art orientierung das ist vielleicht vielleicht hat das nichts mit den aliens zu tun vielleicht haben diese diese orientierungspunkte vielleicht hat das dieser kultur genutzt die sich verkrümmeln wollte von der erde vielleicht sind das alles strategisch gut ausgewählte punkte die von dem jeder punkt einen guten einen sehr guten zweck gedient hat und auch jedes bauwerk das da steht diesen zweck gedient hat sich zu orientieren vielleicht wo man eben den planeten verlässt oder nachdem man den planeten verlassen hat oder kurz nachdem man den planeten verlassen hat vielleicht noch sich an irgendwelchen ja wie gesagt an irgendwelchen punkten aus irgendeinem grund zu orientieren ich gebe dir noch ein beispiel gehen wir wieder zurück zu den schädeln ganz kurz wir finden diese verlängerten schädel auch bei den indigenen völkern lateinamerikas befinden hinweise darauf dass ganz besonders bei den mayas den inkas und den azteken diese 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 sache praktiziert wurde es gab ausgrabungen in mexiko in der in der nähe von tabasco lustigerweise heißt das in mexiko da hat man 13 individuen ans tageslicht befördert und von denen haben fünf diese verlängerten schädel aufgewiesen und es war vermutlich so bei den maya dass das leute ausgewählt wurden also kinder ausgewählt wurden schon ganz kleine kinder denen man eben mit diesen tüchern und eventuell mit diesen hölzern in den den schädel so gebunden hat abgebunden hat um ihn eben in diese form zu bringen und auch hier finden wir wie gesagt diese nach hinten verlängerte kopfform und man hat auch was man auch gern getan hat also dieses das schielen der augen die hat die hatten die die hatten geschielt das das hat man auch künstlich herbeigeführt diese schielen übrigens hat jetzt vielleicht damit nichts zu tun nur so side note jetzt und der gedanke liegt eben nahe es ist im wahrsten sinne des wortes der gedanke liegt eben nahe dass man diese menschen gezielt als opfergabe für diverse gottheiten herangezogen hat denn diese menschen mit dem verlängerten schädel die wurden wenn man eben die funde dieser 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 schädel untersucht dann sind diese menschen teilweise was heißt teilweise vermutlich allesamt gewaltsam ums leben gekommen also es liegt nahe dass sie geopfert wurden das eben man könnte sogar sagen dass sie eventuell eventuell muss man immer sagen gezüchtet wurden um später geopfert zu werden den göttern gewissen naturgöttern wurden die geopfert diese 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 verformten schädel die menschen mit der verformten schädel also ja und südamerika da finden wir auch einiges zum thema präastronautik will jetzt nicht so tief einsteigen da kann jeder selbst mal gucken aber und viele werden es wissen die hier zuhören vieles in der präastronautik wesentlich tiefer drin als ich und du aber auch hier finden wir vieles zum thema präastronautik wir finden interessante auferke auch hier könnten wir ein dieser strategischen punkte haben und auch hier finden wir die schädel vielleicht waren diese diese leute auch auch hier und haben eine ganze zeit lang anführungszeichen gearbeitet geforscht gewass auch immer und deswegen haben wir auch hier diese schädel ja guck mal es gibt da gibt es du hast malereien angesprochen mit mit ja die vielleicht auch auf außerirdische hindeuten oder auf vielleicht zeigen viele dieser malereien keine außerirdischen vielleicht zeigen die diese diese wesen oder oder diese kultur die hier gelebt hat diese kultur die hier gelebt hat muss ja auch nicht auf ein land begrenzt gewesen sein sondern könnte ja hier gegeben haben und da vielleicht war da die schädelform seitlich verbreitert oder bisschen anders und dort war es eben lang bei den aborigines ich glaube wir haben das auch schon mal besprochen hier finden wir meines wissens nach keine verlängerten schädel da müsste ich mal ein bisschen tiefer graben was wir aber auf jeden fall haben sie diese wahnsinnig interessanten höhl malereien die sehr alt sind und definitiv zum nachdenken anregen sie sind sehr sehr alt und leute googelt mal nach diesen höhl malereien von den aborigines ist es sind die sind wahnsinn es gibt die bekannten höhl malereien die haben wir schon mal eingebunden darüber haben wir im jwr-podcast schon mal gesprochen über diese höhl malereien genau da ging es um die legende der wanginas ja da genau das sind die 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 ureinwohner sehen die als höchste geistwesen und schöpfer allen lebens und aller länder an das sind weiße geister ohne mund sie haben große schwarze augen könnte jetzt mal man könnte so diesen diesen stereotypen diese 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 stereotyp von einem gray alien zum beispiel sich jetzt da rein interpretieren sie haben auch einen sehr großen kopf auf diesen zeichnungen der könnte auch eine art helm stecken mehr weiß man weiß nicht mit ein ja wie gesagt mit wenig fantasie könnte man gray alien rein interpretieren sehr interessante höhl malereien leute guckt euch die mal an es könnte ja wir haben hier vielleicht auch vielleicht diese bereits angesprochene zivilisation die eigentlich von hier stammt und sich irgendwann von der erde gelöst hat also ja es es gibt in indien das möchte ich auch kurz noch ansprechen indien in chattisgar heißt das glaube ich die geben dir wirklich zu denken also diese höhl malereien oder oder fels malereien die geben dir wirklich zu denken die sind wirklich faszinierend sucht mal im internet nach höhl malerei oder fels malerei chattisgar indien dort finden wir circa 10.000 jahre alte malereien an felsen die uns wirklich sehr an außerirdische besucher und deren flugobjekte erinnern also das lässt also fast kein kein raum für interpretation sehr skurrile darstellungen von humanoiden wesen die dinge in den händen halten die 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 aussehen wie wie waffen ich möchte jetzt nicht sagen futuristische waffen aber man muss bedenken die malereien sind 10.000 jahre alt es schaut schon alles sehr merkwürdig aus man erkennt keinen mund man erkennt keine nase es lassen sich aber so eine art es lässt sich so eine art raumanzug erahnen es gibt bewohner aus umliegenden dörfern die geschichten erzählen von den rohela das sind kleine menschen die mit einem runden objekt aus dem himmel kamen gelandet sind haben einige menschen mit sich genommen und sind nie wieder zurückgekommen dann gibt es auch erzählungen dass es friedliche begegnungen zwischen den menschen und diesen wesen gegeben haben soll und ja manchmal eben haben sie menschen entführt jetzt kann man natürlich auch noch diese 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 alten indischen texte vorknöpfen in denen von den wie manas die rede ist fliegende fahrzeuge die vom himmel herabsteigen kennen bestimmt auch viele diese geschichten ja eine direkte verbindung zu den felsmalereien kann man jetzt hier nicht herstellen nicht von zu mal erwähnt haben man darf natürlich spekulieren dann gibt es den ich weiß nicht spricht man so aus kann die suku tempel in indonesien da finden wir gravuren von wahnsinnig skurrilen szenen wir haben humanoide wesen mit verlängerten schädeln mit mit deutlich verlängerten schädeln die ein kind zu halten scheinen auch hier gibt es eine interessante theorie leute generell finden wir einige darstellungen von wesen mit verlängerten schädeln und szenen die eventuell ja ich habe mal so ein video geguckt hat jemand das analysiert der hat gemeint es könnte einen geburtsvorgang oder geburtsvorgänge zeigen diese diese gravuren dieses in stein gehauen und das hat ihn dazu veranlasst zu denken dass wir hier vielleicht aliens sehen die menschen genetisch verändern oder ja irgendwie genetisch auf die menschen eingewegt haben oder ja irgendeine art und weise in die evolution eingegriffen haben höch spekulativ ich weiß höch spekulativ aber auch dort finden wir die verlängerten schädeln in indien die verlängerten schädel gut wie gesagt die aborigines das beispiel aborigines jetzt guckt euch die hüllen mal rein an auch große schädel köpfe also weiß nicht was man da erkennt wenn man jetzt natürlich weiß man nicht wie die leute früher getickt haben das muss man immer im hinterkopf behalten wir wissen nicht wie die denkmuster der menschen früher früher waren man kann es nur schwer nachvollziehen wir wissen es nicht was die vielleicht für wesenheiten im kopf hatten oder früher für figuren oder für fantasiewesen was die sich ausgedacht hatten aber wie gesagt manche dieser malereien die lassen wenig raum für interpretationen man aber das ist unser denk das ist unsere denke jetzt weil wir sind ja auch wir sind ja befangen wir hängen ja in der in der in der in der alien geschichte und ufo geschichte tief drin du nicht wir stehen ja richtig mit mit bis zum hals in der alien geschichte auch wenn wir ja wie gesagt wir sind hohe köpfe aber wir interessieren uns zumindest sehr dafür und natürlich sind wir befangen wenn wir solche bilder ans angucken für uns sieht das alles ein bisschen aus wie alien deswegen sage ich immer immer im hinterkopf behalten und 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 versuche ein bisschen rational zu denken wir wissen nicht wie die leute früher gedacht haben wir wissen nicht was sie für denkmuster hatten an was sie dabei dachten als sie das gezeichnet hatten ja was sollen die denn alle drogen genommen haben oder ich meine genau das gesehen was menschen vielleicht heutzutage sehen am himmel vielleicht haben sie wirklich ja da bin ich auch dafür vielleicht haben die leute wirklich genau das da rein gemeißelt gezeichnet gewassert immer was sie gesehen hatten da flog was vom himmel okay das ist heftig das meißle ich jetzt mal hier rein oder ich male mir das an die an die wand denn das finde ich so spannend dass ich es festhalten möchte und vielleicht jemand anders zeigen möchte und erklären möchte anhand des bildes man hat ja jagdszenen festgehalten also dinge die offensichtlich die menschen bewegt haben aufgeregt haben oder beschäftigt hatten meine nahrung nahrungsbeschaffung eine jagd war war vielen 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 jahren nicht wie heute heute setzte dich im wald auf den auf den stand da auf den jagd sitzt oder wie das ding heißt und und knallt sie an den rüh ab oder oder eine wildsau dann holst du ab mit dem cheap und fährst heim machst du deine schnitzel früher haben die leute ihren arsch dahin gehalten und sind dabei rein weise ums leben gekommen weil die irgendwie einen bären umgelegt hatten oder ein mammut oder was weiß ich oder was es da gab und im zweifel mussten die vielleicht noch mit ihrer beute mit anderen raubtieren um ihre raubtieren um ihre beute kämpfen und sind dabei ums leben gekommen also das war früher eine spektakuläre geschichte lange rede kurzer sinn dann hat man das eben festhalten wollen weil es eine aufregende sache war weil man das eben festhalten wollte dieses ereignis ja manchmal stellt sich mir aber da die frage vielleicht kannst du das beantworten weil da bin ich leider nicht tief genug drin wie viel haben nehmen wir mal das volk der aborigines wie viel haben die generell über ihr leben aufgezeichnet also kann man da wirklich komplett alles herleiten ist da alles von dieser früheren zeit nicht die heutigen aborigines von dieser früheren zeit oder eine andere kultur mir ist eigentlich egal welche aber können wir anhand dieser malereien wirklich alles über die erkennen mir geht es nämlich darum haben diese menschen früher dinge aufgemalt die selbstverständlich waren die in ihrem leben in ihrem alltag vorhanden waren oder haben die menschen damals dinge aufgezeichnet und aufgemalt die unselbstverständlich waren und das glaube ich zum beispiel nicht das glaube ich dann in dem fall nicht weil wenn das nur einer gesehen hat ich denke dass die leute damals sich wahrscheinlich auch gedacht haben wir machen eben nur das relevante daran sonst würde das heute aussehen wie der güterbahnhof irgendwo weiß wo alles vollgesprayt ist mit irgendwelchen zeichen das ist ja nicht der fall wir haben ja nur ganz ganz ausgewählte dinge und ich denke dass diesen menschen früher dann klar gewesen ist dass wenn die etwas aufzeichnen wollten dass die eben ihr leben ihren alltag das was sie als volk sind was sie als volk definiert dass sie das natürlich in erster linie aufzeichnen ob sie es mit dem vorhaben machen dass sie es erhalten wollen bis zur nächsten generation also bis für die zukunft das glaube ich nicht sondern es war manchmal auch einfach nur schön oder auch huldigung religion kultur spielt ja eine große rolle ich denke nur dass diese früheren zivilisation über die wir hier sprechen nur wo wir diese malereien sprechen von grey aliens dann zum beispiel dass das bei denen wenn wir so weit gehen dass wir sagen da handelt es sich vielleicht wirklich um diese außerirdischen themen dass das früher bei den menschen alltag war und deswegen haben die menschen das aufgezeichnet weil das für die einfach der alltag war die haben mit ziemlicher sicherheit nicht dinge aufgemalt die sie nur einmal gesehen haben nicht verstanden haben das glaube ich wirklich nicht weil dafür haben wir viel zu wenig sonst hätten wir massenhaft wirklich massenhaft und das haben wir nicht ich ich denke von den aborigines ich weiß es nicht sicher dahingehend habe ich nicht nachgeforscht aber lässt sich erledigen ich denke von den aborigines gibt es relativ viele malereien die verschiedene szenen zeigen tiere etc pp ja da sind wir wieder bei der bei den denkmustern der der grünen aborigines der frühen menschen egal wer sie zwar aus welcher aus welcher ecke des der erde die stammten ich denke dass man nicht wirklich jeden scheiß irgendwie festhalten wollte ich denke dass man sich dann schon auf sachen konzentriert hat die einem wichtig waren oder die vielleicht in dem moment einem sehr schön vorkamen ich denke die diese felsbilder von von pferden da will ich sagen sonderbar darüber gesprochen podcast darüber gemacht da hat vielleicht jemand eine schöne szene gesehen die wildpferde auf der auf der großen riesengroßen wiese was weiß ich und hat die dann vielleicht in den fels geritzt weil das interessant fand oder er wollte damit irgendjemandem der nach ihm kommt sagen hey hier gibt es pferde bleibt mal hier stehen guck mal darunter man weiß es nicht ich denke aber dass es sich hauptsächlich um einschneidende oder oder spannende erlebnisse gehandelt hat natürlich ja die frage ist halt nur ob es dann dafür diese völker halt damals der alltag war was sie aufgezeichnet haben oder ob es eben besondere happenings waren und ich denke mit dieser offenen frage könnten wir aus dieser folge sehr gut rausgehen wir hatten geplant dass wir vielleicht 20 30 minuten über ein thema sprechen dass es jetzt am ende des tages eine vollwertige jwr podcast folge geworden ist ich spreche gleich noch das intro ein damit die leute auf jeden fall nicht den falschen eindruck bekommen dass wir euch nicht gegrüßt haben natürlich haben wir euch gegrüßt am anfang zumindest jetzt im intro und ich habe mir auf jeden fall aufgeschrieben der hashtag für diese folge lautet dein wort und das ist wirklich ein wort gewass auch immer sorry ja das eben mein meine denke mein gehirn ist auch ein bisschen komisch verlötet manchmal aber das macht nichts das ist in ordnung und wie du schon sagst eigentlich haben wir geplant ein bisschen paar minuten über das thema zu quatschen ich habe hier leute ich habe hier so ein paar themen mehr aufgeschrieben und dienen auch bei denen wir uns manchmal nicht sicher sind was machen wir draus machen wir gar nichts draus machen wir mal ein short vielleicht irgendwie für insta oder facebook exklusiv wir wissen es manchmal gar nicht manchmal halten wir die themen im ersten moment nicht interessant dann später guckt man sich doch mal an und vielleicht ist es doch ganz geil wer weiß das ist immer so eine sache und ich glaube also ich fand es ganz interessant über dieses thema zu spekulieren und meinen gedanken mal freien lauf zu lassen alles natürlich ein bisschen salz mit dem grain of salt wie man sagt zuzusehen und alles höchst spekulativ natürlich alles nur ideen und science fiction aber hey spannend ja alle lieben freundinnen und freunde des jbr-podcast wenigstens bei der hauptaufnahme machen wir ein ordentliches ordnung vielen dank dass ihr zugehört habt und reingeschaut habt wenn euch die folge gefällt likt die auf jeden fall ich meine das macht ihr sowieso wir haben ja einer der besten communities die man sich überhaupt vorstellen kann hier ihr schreibt fleißige kommentare und wir werden in nächster zeit werden wir mal so ein kommentars special machen wir werden das mal die nächsten tage ausarbeiten da werden wir uns mal einige von euren kommentaren aus den letzten folgen auch nehmen und insbesondere natürlich unter dieser folge dementsprechend so ein paar fragen so was haltet ihr generell von dieser langschädel thematik weil man kann ja abdriften frühere menschen oder mögliche außerirdische also da gibt es ja ganz viele verschiedene vorstellungen haben wir heute darüber gesprochen da diskutieren war meiner kommentar sektion und ansonsten würde ich sagen dankeschön gute nacht und bis zum nächsten mal da 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018